Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, wir haben recht gute Sachen im Weltbereich erlebt, haben die Truppen wieder zusammenbauen können. Wir haben 49 Truppen im Trupp. Und ja, ich denke wir gehen wieder nach Hause zu den Kanad Kyrgyz. Und suchen da mal ein paar Banditen und jagen sie, oder? Ich denke, vielleicht sind wir ein bisschen zu langsam, kann es sein. Gehen wir mal in diese Burg, nach Tulbuk. So. Jetzt habe ich doch erst lauter gemacht und jetzt ist es immer noch so leise, aber keine Ahnung, wieso nicht. Lauter wird. Optionen. Irgendwie ist das Spiel auch ein bisschen komisch vom Sound her. Na gut. Dann hören wir wenigstens jetzt etwas, bevor es jetzt wieder leise wird. Okay, also gehen wir nach Tulbuk. Nein. Haben wir gerade Truppen verloren? Wir haben doch 50 gehabt. Wie ist unsere Moral? Ist denn nicht hier? Wo stand das schon wieder? Charakter. Truppen mal 93. Das kann doch nicht sein, dass die abgehauen sind. Oder was ist das andere Trupp? Und ich habe es dir ungefähr... Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir genug. Abzug. So. Ähm. Ja. Wir sehen nicht so viel. Wir brauchen unbedingt einen, der aufdecken kann. So. Ja. Gehen wir nach Ichamur. Gut. Ein Turnier. Da sind wir noch zu schwach. Aber da könnten wir viel verdienen. Aber... Oh, da ist der Marnit. Ein Wanderbade. Okay. Hä? Kann man jetzt nichts lernen? Keine Ahnung. Das ist zu viel Gerede. Ah. Aber da. Könnt ihr mehr Dichte gucken. 300. Ja, soll ich jetzt lesbisch sein? Kann man überhaupt Prinzen und zu heiraten? Toll. Ja. Hey. Ich möchte nicht, wenn ich da zu viel Zeit verbringe fürs Lernen. Hm. Gut. Ja. Also der Marnit. Marnit. Wir halten uns nur auf. Der Marnit ist einer, der glaube ich nicht zu unserem Team gehört. Ich will es einfach das optimale Team haben. Hier ist der Marnit. Hier ist der Marnit. Da ist er. Marnit ist nicht dabei. Ich glaube, der kann auch nur, ist das der, der handeln kann? Keine Ahnung. Da ist ja gar niemand hier im Turnier, ist sonst eigentlich immer jemand hier. Da oben ist eine Frau. Gehen wir mal nach. Gehen wir mal zum Banditencamp. Oh, die da. Die da sind zu schnell. Komm, hilf mir. Ja Mann, hilf doch. Du hättest vorausmacken können. Das wird Rache geben. Ich brenne euer Haus nieder. Ha! Ich weiss nicht gerade die Guten, die ich auswählen sollte. Das ist ein blödes Zufallsprinzip. Danke, aber ich möchte gerne hier entlang. Boah, dieser Sound. Das Spiel ist nicht gerade optimiert, aber naja. Ist doch ein super Räum. Diese kleinen, nervigen Sachen muss man doch nicht immer. Das ist extrem böse. Hm. Gut. Jetzt ist ja gut. Jetzt ist der Sound aber auch der Musikler. Ja, was macht ihr, äh, Treffen gönnt ihr nicht, oder was? Die Kai habe ich übrigens wieder auf Durchschnitt gemacht. Nicht wundern. Sie oft blocken. Seid ihr heldenhaftig gut. Meine Schützlinge. Das sind keine Beschützer. Die können mich nicht beschützen. Das sind Schützlinge. Ich muss sie beschützen. Eine Dame vom Dienst. Danke, aber das ist gemein. Das Spiel ist gemein. Das Spiel ist gemein. Danke. Ja. Gut. Ja. Ja. Aber ist zu uns nichts passiert? Da sieht man mal wieder, wie das Spiel einfach nicht gemacht ist für die dumme Kai. Nein, also, man will doch irgendwas machen und dann wird man bestraft. Pff. Gut. Ja. Kauft Vorräte. Ich brauche endlich wieder Brot. Gehen wir mal jetzt nach Tulga. Jetzt haben wir ein paar Spuren, aber die ist so gering. So, Veluca von Swadengurt. Oh, gut. Oh. Die Norden. Keine Ahnung. Ha. Ich bin Monika Basler. Vielleicht habt ihr von meinen Heldentaten gehört. Ich bin der Person von alten Königern heute. Ich dachte, Könige von Norden werden. Ah, das ist der, der, ja, den man austauschen muss mit dem momentanen König. So, der rechtmässige König. So, wir haben, ja, sehr wenig Geld. Danke. Dank diesem erfolgreichen Überfall überhaupt. So, genug Brot. Danke. Ähm. Jetzt frage ich mich, sollten wir weitergehen. Weil, ja, Steppenbanditen zu schnell sind noch. Wir gehen zu den Saraniten da. Sarantisches Reich. Können nach Nara kurz noch gehen. So, dann können befördert werden. Wir schauen mal überall in den Städten nach, nach den Begleitern. Und dann gehen wir, ja, zu den Swadien, die Mitte. Also, den Ton möchte ich wieder runterstellen. Ist das halt zwischendurch leise? Oder fände ich zu nervig laut in den Kämpfen? Gut. Na, ja. Nehmen wir den mit. So. Meine Stimme geht verloren. Ja, ein bisschen Allergie auf irgendwas. Staub. Ich hab doch alles geputzt. Wahrscheinlich genau wegen dem. Okay. Ja. Die Frauen haben nie was zu erzählen. Nächstes. Ah ja, wir, wir kurz schauen. Ähm. Haben. Da. Wir haben ein bisschen erobert. Von den Swadien. Haben aber jetzt, glaube ich, Frieden. Hier ist eigentlich alles. Ganz. Hier ist auch ganz, oder? Sonst ist alles ganz. Wir haben nur die zwei. Wir haben Samara gewonnen. Okay, ähm. Zentrieren kann man nicht. Aber wo bin ich jetzt? Beinahe bin ich, ja. Okay. Hallo. Weiter geht's nach Halmar. So, Serindar wurde von Graf Greinwatz plündert. Aha. Gut, dann gehen wir hier durch. Bahadur, wir nennen uns Halmar, der grössten Stadt in den unteren Steppen. Die Schwester meiner Mutter kam hierhin, um meinen Bürger zu heiraten und ich wollte Dienst bei hiesigen Fürsten suchen. Das war zu der Zeit, als ich euch traf. Erzähl mir mehr. Wir haben jetzt keine Zeit für Geld, Leute. Ich würde bevorzugen, dass mich meine Gefährten nicht mit der Art die Belanglosigkeit belästigen. Erzähl mir mehr. Die Kergits sind schon immer hergekommen, um zu handeln und zu rauben. Und in den letzten Tagen des Reichs begannen wir, uns niederzulassen. Genau wie die Fähige, das war der Rodox, Nordmänner und das Haus von Saran, wurden wir von Kaiser bezahlt, die anderen Stämme in Schach zu halten. Aber als die grosse Horde zur Zeit meines Grosswaters unsere Heimatangriff, zogen wir uns so auf in dieses Gebiet. Wir warfen die Fähige und zurück und übernahmen ihre Festung. So weit unten? Fähiges? Okay. Natürlich, ihr wisst ja, wie die Dinge so laufen. Die Generationen meines Vaters waren hartgesotten Krieger aus dem kalten Lenden der Reihen, jenseits der Berge. Aber die heutige Generation hat Häuser in der Stadt und ausgedehnte Lendereihen und verbringt genauso viel Zeit mit dem Handel wie mit dem Bogenschießen. Die nächste Generation wird durch Wäbel-Lukas-Wein verweichlichen und ihr Land an das nächste Haufen ungebildete Hügelräuber fliehen, die über die Berge getrampelt kommen. Ihr werdet sehen, es ist wie es immer war und wie es immer sein wird. Und ja, genauso wie im realen Leben, wir hätten auch alle verweichlichen. Gut. Schauen wir mal hier. Ein Wachmann und ein Wanderbade. Ja, jetzt will ich kein Gedicht mehr lernen. Nix. Da. Es ist noch wenig los. Später wird wahrscheinlich mehr los sein. Und eventuell, wenn das Let's Play Google ankommt, werde ich wieder sagen, ähm... Ja, werde ich wieder einen der tollen Mods Let's Playen, wo dann viel mehr los ist. So. Floys Mod, genau. Ja, das wollte ich sagen. Die Brote werden teurer, indem ich sie kaufe. Aha. Das reicht. Auch wenn sie günstig sind, es reicht. Also ich denke, Saranit, den AMB-Zeugs brauchen wir nicht so. Später dann. Die sind echt langsam, glaube ich, weil sie stark gepanzert sind. Naja, können wir schon einmal nehmen, dann später. Aber jetzt noch nicht. Wir sollten schauen, dass wir noch genügend Ding haben. Ähm. Von Moral und eben Geld und so. Gehen wir mal, also das ist noch eine Burg. Gehen wir mal von hier in die nächste Burg, äh, in die nächste Stadt und so weiter. Bis nach Rodog. Also weiter als Rodog noch. Nords und Wege haben Frieden geschlossen. Cool. Das sind auch wieder Reiter hier. Banditen, die können wir nicht gebrauchen. Wir können bei den Rodogs eigentlich, ähm... Äh, ja, Banditenjagen. Genau. So. Zwei Handzäbel natürlich, so Sachen. Aber, ja, da, Mameluken. Das sind die, ähm... Ähm... Drometalreiter. Amelreiter. Je nachdem. Hm. Ja. Also weiter geht's wie bei den Hügel. Vielleicht kommen noch ein paar Banditen, die ich gleich mal ein bisschen... Nicht jagen, aber eventuell einholen gleich, man kann. Also alles dann auf Reiter umswitchen und... Vielleicht dann ein... Ja, eventuell müssen wir halt die Huskars wieder rausnehmen. Und die Vegis. Weil wir noch keine... Keine Burg haben oder so. Weil... Weil... Dörfer kann man gar nie beschützen. Man kann nur Bauern ausbilden. Hm. Ja, aber das Wissen reicht schon cool. Na, dem König grüßen. Hm. Ja, und tschüss. Gehen wir nach Scharitz. Wir verlieren Geld. Wir müssen Banditen jagen. Also sofort sind die Banditen hoch. Ähm. Okay. Jetzt bekommen wir wenigstens Geld. Von unten, komm es. Danke. Was war denn das? Zwei. Schon fertig. Lol. Ja, die Banditen fallen wie Weizen vor die Säntz. Ja, gut. Und jetzt habe ich dem König... Seine Stadt gerettet, oder wie? Oh, Jeremus. Das ist einer, oder? Ja. Nehmen wir ihn. Du bist nämlich der Heiler. Was zu verhaften? Dann kommen wir auch mit. Ja, gut. So. Noch kurz beim Warenhändler, nicht beim Pferdehändler. Ähm, nö. So, schauen wir mal. Jeremus, auch nach oben. Reden. Ausrüstung. Gucken wir mal. Diese Lumpen mal weg. Schwert. Komm, faxt. Ha. Ne. Geh nicht. So. Gut. Ja, schauen wir mal. Ja, der hat... Hä? Nur die? Nein, doch. Alle drei. Hm. Reiten hat er noch. Gut. Aber am Pferde kommen wir dann erst, wenn wir richtig Banditen jagen können, die auf Pferden sind. Und so weiter. Sehr schön. Ah, ist jetzt sofort Banditen gehen. Jagen gehen. Dann werde ich mal kurz speichern auf hier. Rot 1. Dann gehen wir nach Rotowog. Das geht halt noch einige Meter. Wir müssen ein bisschen reiten. Aber, ja. Hier sind, glaube ich, nicht so viele Banditen. Hm. Können aber nach Uxa gehen. Komm, wir gehen nach Uxa. Moment kurz. Ist eigentlich beides gleich? Ja. Nein, wir gehen. Wir gehen nach Rotowog. Wartband hinten jagen ist ja ein bisschen langweilig. Ha. Bei Floris Mod waren gigantisch viele immer. Bei, äh... Ja, Suno ungefähr hier. Zwischen Suno und Uxa. Und was hier noch ist. Tal Bärl. Das war so genial. Zuerst noch Veluc. Oh, der wird blaug. Dann gehen wir hier nach oben. Da sind nämlich die Banditen um. Aber es wird wieder Nacht. Das ist das Problem. Ah, da ist Matthias. Das war, glaube ich, im vorherigen Let's Play von Wowband. War das einer der beliebtesten Charakter von mir. Dem habe ich immer irgendwie geholfen, weil ich immer hier in Waluka war. Ja, das sieht nicht so gut aus für Rotowog. Ihr habt doch Sperre, das ist gut gegen die Reiter von... Ähm, Ding. Das war die. So, ganz viele Gebärksbanditen. Kommt mal zu mir, Schätzchen. Seid meine Schätzchen. Gebt mir eure Sachen. Tja, das war ein grosser Fehler, sagten sie. Wir haben die viel besseren Truppen. Die Leute nicht immer vorreiten. Geht die kaputt? Karawanentreib. Oh, bleibt hier. Genau, wenn sie ganz unten sind, legen wir los. Sie sehen aber recht schwach aus. Gottchen, Olu. Ja. Okay, los. Kein Bock mehr. Ich weiß nicht, die sind alle ganz unten. Die haben meine KI von No Come No Lance. No. Also, der Rest dürfen die ab. Genau, ein bisschen ablenken. Äh, mal kurz nachher. Gut. Prima. Oh, und dann, oh, werden sie noch zerschnitten. Genau. Nee, kommt schon. Nicht daneben. Nee, ja. Mal den Pulk. Hey, Rx, der werden nicht geschossen auf mich. Auf unsere Truppen. Das geht mal gar nicht. Ja, ich denke, das war ganz knapp, aber gut. Wir müssen die verkaufen unbedingt. So, Reiter, haben wir gesagt. Krieger, Nordfuhrsoldat. Prima. Was haben wir denn hier? Ein Speer. Was ist schon so viel gefressen? Geht's da? Also, schauen wir mal. Widerstand Null. Wieso sind das so schlechte Sachen? Heidi. Was, 30? Ah, nein, 30 vergaß. 16. Gut. Hartmann, ich muss euch sagen, dass ich die medizinischen Referenzen von Jeremus infrage stelle. Ah, das ist der, der ich nicht mag, äh, den ich nicht in der Truppe haben sollte eigentlich. So. Dazu sag ich nur, hört auf mit diesen Sachen. Keine negativen Sachen erzählen über meine Mitglieder, gell? So, jetzt gehen wir schön mal ein bisschen nach Verluka, wenn es nicht mehr belagert wird. Sonst gehen wir weiter. Tostar. Ist Tostar da? Ist nicht hier. Ist nicht von dieser Region. Hm. Ja, mal probieren. Haben wir eigentlich noch mehr? Ja. Die bekommen nach dem Kampf auch. Jetzt haben wir einen Waffenknecht. Waffenknechte sind die Reiter, die ersten. Und dann haben wir noch die Ritter. So. Fähigkeiten. Also, du bist der Heiler. Dann machst du hier, ähm, Heilungsgeschwindigkeit oder nach Missionen, äh, da, 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 wie sagst du, Inventarverwaltung, ach, Spiel, hm, ein Handwaffen, gut, haben wir das auch, ähm, 28, ja, ist recht höher, aber macht nichts. So, jetzt ist, so, jetzt ist, wieso gräbelt gehst du nicht zu, weil, Luka? Ah, nicht schon wieder, riecht ich das, Zitronenbäume, ähm, Äpfel und Krokusse, der Duft von Luka. Manch einen glücklichen Sommer habe ich als Mädchen hier verbracht, beim Spät in den Gärten der Familie meiner Mutter. Wenn meine Mutter auf Handelsreise war, zählt mir mehr. In Veluka sind die Winter nass und die Sommer heiß, aber das Volk hier baut grosse Zisternen zur Bewässerung der Väter. Sie bauen Weintrauben an, Wein aus Veluka ist berühmt, meine Dame, und wahr, wer es sich leisten kann, unmauert seine Gefährten, wo Obstwürmer im Überfluss wachsen. Man sieht noch nichts, die erzählen immer von Lingen was Coolem, aber man sieht nichts. Und wir nachts Musik hören oder Schach spielen oder einfach nur die Nachtluft genießen. Die Dichter nennen Veluka ein Paradies und ich denke da, wir betreiben sie aus, man weiß einmal nicht, sie untertreiben. Leute, lasst mal, ich muss mal hier rein. Die haben noch ein Turnier, ah, die machen hier Turniere, die Swadier, okay, verstehe. Der Alayen kann mitkommen. Ja, von mir aus. Komm mit. Aber ich möchte gerne den Part vererbinden. Was? Katrin. Hier habe ich nichts dabei. Dann werde ich auch, so, ja. Plündergut, ja, das brauche ich nicht. Hm. Ähm, Marktplatz. Waren. Ah, dann werde ich mal die Sachen verkaufen. Bis hier haben wir gesagt, Brot ist sehr günstig. Nehmen wir ein Brot noch. So. Und Rüstung. Boah. Das sieht nur gut aus. Hm. Ja, aber wir haben noch die, ähm, die Gefangenen. Wir gehen hier hinten durch im nächsten Part. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen und, ja. Weiter geht's im nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss. 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 Tschüss.